Ho ho ho, wir lieben Kinder, ho ho ho, ist es soweit, bei mir sind es 30 Grad, doch in Stardew Valley ist Weihnachtszeit. Ja, ich hab mich einfach mal bei Saltatio Mortis ganz frech bedient, trotz GEMA, scheiß drauf, und hab deren Lead geklaut und auf Stardew Valley abgemacht, also abgewandelt. Sollen wir doch die GEMA kommen? Nein, jetzt haben wir hier bei Stardew Valley tatsächlich Weihnachten, während es hier, ich wollte schon sagen, übelster Sommer, aber es sind heute wieder anständige Temperaturen. Toten wir es mal so aus, während ich aufnehme, und genau, einmal mich hier bedienen wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann können wir auch noch die Einmachgläser hier befüllen, wunderbest. Dann geht's einmal hier zu den Kühen, dass die sich natürlich auch wohlfühlen, und dem Bein schweigen, und die sind natürlich auch nicht zu verachten. So, dann wird noch mal gemolken. Oh, da hab ich tatsächlich mal wieder eine kleine Milch, und das ohne Stern. Das ist ja nahezu ein Skandal. Eine kleine Milch ohne Sternchen geht nicht. Das ist doch kein guter Käse, der da rauskommt. Ich muss weigen. Schade irgendwie. Aber gut. Wat mut dat mut. Aber erstmal, damit wir auf jeden Fall am Ende des Tages irgendwas in der Box haben. Zack. Wobei, nee, wir haben ja schon was. Wir haben ja... Äh, Preiselbeermarmelade quasi geerntet. So, hier wird auch noch mal was reingemacht. Vogelscheuchen haben wir soweit aufgestellt. Da muss vielleicht noch eine weitere her. Mal kurz gucken, was brauchen wir dafür? Kohle und Fasern. Ja, das kriegen wir, glaube ich, irgendwie noch gebacken. Komm, wir machen uns noch mal kurz eine weitere Vogelscheuche. Wie viel brauchen wir da überhaupt? Ähm, eine Kohle. Ja, das geht in Ordnung. Fasern haben wir auch so ein kleines bisschen auf Lager. So, Fasern wieder zurück und Vogelscheuche aufstellen. So, und dann können wir auch gleich, glaube ich, zur Feier gehen. Aber da müssen wir noch was mitnehmen. So. Dann einmal... Genau. Äh, auf den Stadtplatz. Da werde ich dann mal hinhuschen. So schnell mich meine... ...Stummelbeinchen hier tragen. Aber natürlich nicht ohne die Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Äh, nee. Hier. Hey, wieso gehst du immer in die falsche Truhe? Spaghetti. Nom, 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 nom. Muss ich nur aufpassen, dass ich die selbst nicht wegfutter, bevor ich angekommen bin. Das wäre... Klitzeklein ist ein bisschen peinlich. Aber nur so geringfügig. Ja, da bin ich. Ach, ist das nicht schön. Oh. Oh, lecker. Ich bekomme Hunger. Ganz wie Hunger. Oh, Mann. Es geht doch nichts über ein ordentlich heißes Fest mal an einem kalten Wintertag, oder? Das stimme ich dir vollkommen zu. Was ist denn mit den Beinen? Die stehen hier so andächtig vor dem Baum. Warte, was würdest du gern dieses Jahr unter dem Seelenbaum finden? Äh. Eine neue Gießkanne, ein Krug vollwürzigen Meht, oder ein paar stylische Stiefel. Ich gehe jetzt einfach mal von mir selbst aus. Ich würde mich tierisch über den Krug vollwürzigen Meht freuen. Äh. Oh, das klingt nett. Lass mich dann auch mal probieren. Äh. Kann ich machen? Ja. Ich hoffe, es wartet eine neue Kamera für mich unter dem Seelenbaum. Äh. Ja. Ein Festessen für irgendeinen dummen Stern? Blödsinn. Ach, ich liebe dich, George. Du bist einfach eine Wucht. Ähm. Mit wem können wir noch so schön reden? Wo ist Linus? Linus muss doch auch irgendwo sein. Linus? Schnucki, wo bist du? Da ist er. So weit abseits, so schade. Ich würde dazu stoßen, aber ich glaube nicht, dass ich willkommen bin. Ach komm. Mach doch einfach. Du bist doch schon eh gekommen. Mach doch auch nichts mehr aus. Aber wir haben hier ja doch den Bürgermeister, ne? Heute zeigen wir uns dankbar für das Glück in diesem Jahr. Vergesst eure Sorgen für einen Tag und entspannt euch. Das mache ich. Genau. Ich muss ihm ja noch was unter den Baum legen, ne? Oder wie? Oder was? Oder wo? Hä? Oder hätte ich das einpacken müssen? Ich habe mein Geschenk natürlich nicht eingepackt. Ich weiß nicht, ob das zum Problem wird. Äh. Ich rede nochmal mit ihm. Hey. Willkommen zum Fest des Wintersterns. Ja. Sonst noch was zu sagen? Nee. Ich bin immer noch verärgert, dass ich beim Eisfischen nicht gewonnen habe. Oh. Was für ein schöner Baum. Vielleicht nochmal hier hingehen. Hä? Okay. Wie geht das denn hier los? Mal hier anfragen. Willst du die Legende des Wintersterns hören? Äh. Ja. Natürlich. Im Nachthimmel des Wintersterns gibt es einen hellen Stern, der nur von diesem Tal aufsichtbar ist. Keiner weiß warum. Aber in alten Zeiten kamen Menschen von nah und fern, um ihn zu sehen. Sie glauben, dass jeder, der den Winterstern sieht, mit Glück gesegnet würde. Und sie behaupten sogar, dass die mysteriöse Frucht bekannt als Sternfallfrucht irgendwie mit dem Winterstern in Zusammenhang steht. Das ist ja schön, du. Nee. Ich habe keine Ahnung, was geht hier ab. Ich muss Dinge tun. Was muss ich denn noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ahnungslos. Ist das der Weihnachtsmann? Vielleicht muss ich mit dem reden. Guten Tag. Äh. Ja. Okay. Vielleicht. Äh. Robin. Wo habe ich Robin? Ja. Da ist sie. Ja. Robin, ihr geheimes Geschenk geben. Ja. Hier ist es. Oh. Du bist es also? Oh. Spaghetti. Danke. Vier Tage alt. Yay. Richtig geil. Oh Gott. Der Grumpy Dad ist es quasi. Mehr oder weniger. Nee. Ist eine coole Socke eigentlich. Hey, Bade. Ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Oh, süßer Wichtel. Hier, pack es aus. Yay. Pinke Torte. Du erhältst pinke Torte. Es ist nichts besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Smile. Ja, natürlich gefällt es mir, weil ich das Ding Hayley schenken kann. Also Win-Win-Situation. Gewissermaßen. So. Wobei, kann ich jetzt nochmal mit allen reden? Das ist die Frage. Hayley. Nein, kann ich nicht. Ich hätte zu gern gewusst, ob du da eine Kamera bekommen hast. Naja. Nö, ich glaube, dann kann ich irgendwie gehen, oder? Fest des Wintersterns verlassen. Das Festende zu Baltus verlässt. Ich weiß nicht. Kann ich hier noch irgendwie an den Tisch mich setzen und futtern? ich würde mir ja schon ganz gerne den Bauch vollschlagen, aber blö, sieht nicht so aus oder muss ich da einen Stuhl nehmen ne, die stehen auch alle, irgendwie gibt es noch keine Sitzanimation für den Stühle, habe ich den Eindruck deswegen stehen die alle daneben, dann geht es eben vorbei vorbei, vorbei vorbei, vorbei vorbei ja und das werde ich weiter verschenken, sorry aber Haley steht darauf, deswegen ab ins Bett und mich schon mal auf neues Schenken mit dem Geschenken freuen klingt merkwürdig, ist es auch und das war glaube ich eine ziemlich kurze Folge, aber ich hoffe ihr hattet trotzdem Spaß auf diesem kleinen Weihnachtsfest und gönnt euch jetzt irgendwie eine Abkühlung bis dann, ciao ciao ihr Lieben und der Frühling naht, bald geht es wieder richtig los mit der ganz dicken Action und darauf freue ich mich schon riesig, ciao ciao